Hier, guck mal! So, also... Hihi. Ja, hihi, genau. Ich hoffe, dass ich auch Hihi sagen kann, aber es wird bestimmt nicht einfach. Yo Leute, hier ist der Gusor und er spricht ganz schnell und er hat den Lichtle dabei. Guten Tag, liebe Freunde, ich bin heute auch mal wieder dabei. Ja, richtig. Also das heißt, er ist nicht zu arrogant, um mit mir aufzunehmen. Keine Sorge, also wenn jetzt sowas in diese Richtung kommen sollte. Nein, wir haben es einfach wirklich, wir haben auch immer wieder geskypt, gar kein Thema. Aber wir haben es einfach irgendwie nie zu einer fucking Aufnahme geschafft. Ja, da kam irgendwie immer GTA dazwischen. Genau, genau. Dann GTA gesuchtet, dann... Ja, ja, wir nehmen gleich auf, wir nehmen gleich auf. Ja. Ich muss schlafen oder sowas. Also irgendwie, ich meine, Lichtle garantiert nicht, ich schlafe immer vor ihm, aber egal. Jetzt möchte ich ihm aber meine übelst krasse Taktik, also nicht meine Taktik, wie gesagt, die ist, ich hoffe mal, jetzt verlinke ich es auch, aber wenn nicht, ist auf jeden Fall ein cooler amerikanischer YouTuber, der diese Taktik erfunden hat. Power Bang Gaming. Mhm. Und der hat halt einfach wirklich dieses Video gemacht mit 100k DLX in einem Tag. Okay. Und jeder denkt, boah, 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 ja, der will ja nur aufschneiden und sowas. Nein, das läuft wirklich. Und er hat es wirklich gut erklärt, aber natürlich auf Englisch. Und ja, ich weiß ja, ist ja auch, wir sind ja hier im deutschen Bereich, im deutschsprachigen Bereich. Und man will ja dann auch ein Video auf Deutsch haben und natürlich, wenn möglich, natürlich vom Gusuar. Und deswegen habe ich natürlich gedacht, gut, okay, komm, probierst du es mal. Hier, guck mal. Ho, ho, ho. So, also, ja, genau, ich hoffe, dass ich auch Hihi sagen kann, aber es wird bestimmt nicht einfach. Es sollte funktionieren, aber was mir gleich mal auffällt bei der Taktik, ist es halt nun mal so, dass es einfach verdammt viel Elixier kostet durch die Heiler. Das heißt, man tauscht so ein bisschen Elixier gegen dunkles Elixier ein. Who cares, die Heiler kosten 10k, das Stück, ist doch egal, denn hab ich jetzt hier grad mal 120k. Ja, was kosten normale Truppen, sind wir ehrlich? Ja, das stimmt. Sind wir ehrlich? So, ich hau jetzt einfach hier schon mal den King raus, weil die Queen will immer alles außenrum auch noch kaputt machen, weißt du selber, und den lass ich, weil, wie gesagt, den kann ich in Verbindung mit den Heilern eh nicht gebrauchen. Das ist jetzt total Banane, und der geht jetzt einfach drauf, ist vollkommen egal. So, jetzt ist meine Hoffnung, ich werde das hier, doch, ich hau das noch weg, weil wirklich, ganz ehrlich, die Queen hält sich mit jedem kleinen Scheiß auf. Ja, aber es ist bei der Taktik nun mal ziemlich wichtig, dass man eben alle Gebäude außen zerstört, damit die Königin dann auch hundertprozentig reinläuft. Richtig. Sonst hat man nämlich ein Problem. Äh, ich sehe so, ganz, äh, unbeleckt bist du in dieser Taktik wohl doch nicht. Nee, nee, also Königin plus Heile, das kenne ich schon, das habe ich auch früher schon mal gebracht. Ähm, funktioniert auch im Klankrieg, funktioniert auch im Klankrieg für zwei Sterne. Ja. Und ich weiß nicht, wenn man es eventuell noch krasser hochzieht, könnte es, na nee, für drei nicht, weil es einfach von der Zeit her nicht reicht. Genau. Weil sonst, aber jetzt gucken wir mal, ob der Schild richtig abgeht. Und dann der Giftzauber natürlich für die CB-Troops, mega nice. Ganz ehrlich, mega nice shit. So, jetzt gucken wir mal. Minenwerfer, klar, easy ding, weißt du selber, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber es sieht ganz gut aus, siehst du schon ziemlich nahm dumm drin. Guck mal, da kommt schon mal das Alex rein, was wir jetzt sozusagen für die Heiler ausgegeben haben fast. Ganz genau. So, und jetzt, es geht los, es geht los. Und du bist dabei, du bist live dabei. Richtig. Ich frage gar nicht, können Heiler eigentlich von Heilsaubern geheilt werden? Äh, ich hab's, wir, wir können's theoretisch, könnten wir's ausprobieren. Ja, dann mach, sollt den Heiler nochmal. Ja, jetzt, jetzt ist er ja noch nicht, aber wenn er, wenn er down geht, gucken wir. Und guck es dir bitte an, du bist live dabei. Äh, wie gesagt, ich hätte den, ich meine, den hätte man unter Umständen auch anders knacken können. Aber, wie gesagt, wenn man jetzt hochrechnet, ich habe, in Anführungsstrichen, nur zehn Heiler verwendet. Klar, ein paar Minions, logisch, das muss ich auch sagen. Also, man kann jetzt nicht sagen, öh, ich hab gar keinen D-Alex ausgegeben. Aber guck mal hier, jetzt zieht sie sich auch noch das Zeug. Stimmt, das heißt, insgesamt hast du jetzt eigentlich nichts ausgegeben. Ich hab, an Alex hab ich nichts rausgeworfen. Und guck mal. Und so gut hast du bekommen. Ja, ein bisschen, ganz kleines bisschen. Und wie gesagt, das ist halt wichtig. Vorher wirklich komplett clearen, ansonsten geht das Ding in die Hose. Das ist sonst eine Nullnummer. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch Rage rausballern können. Aber, das ist egal. Das passt schon. Da brauchen wir nicht weiter gucken. Und guck's dir an. Schön, ja, eine Niederlage kassiert, okay, aber egal. So. Das passt auf jeden Fall. Das geht in Ordnung. Und, da sag ich mir dann auch, und ich dachte auch, ich hatte die Kasernen halt im Boost. Und dann ging das echt mit den, mit den Heilern. Aber, wie gesagt, zum Clearen hab ich dann auch teilweise Barbaren probiert. Aber das lief nicht so ganz gut. Also, Barbaren und Mauerbrecher. Mhm. Aber, also, mit Minions scheint's echt noch ein bisschen besser zu laufen. Also, echt richtig, richtig geil. Also, so eine richtig coole Taktik. Und ich werd's auf jeden Fall weitermachen. Ich würde gerne probieren, das Ding echt so, ja, in meine Richtung zu optimieren. Dass ich wirklich sag, okay, das kann ich, mit dieser Taktik kann ich's richtig gut. Weil ich halt eben momentan wirklich die Helden hochpushen will, ohne Ende. Ja, auf jeden Fall. Und da, denke ich mal, lohnt es sich dann halt. Ja. Stimmt, du redest immer von Helden. Und ich vergesse irgendwie immer, meine Helden abzugraden. Das muss ich auch mal beginnen. Die Sache ist die, ich meine, ich kann meine Schnauze nicht so groß aufreißen. Ich bin Level 123 und habe den King auch gerade mal auf 18 und die King auf 17. Ja, ich bin Level 110 und hab die auf 14 und 15. Ja, ist nicht besser, aber auch nicht schlechter. Ja. Also, wenn ich mir andere angucke, wirklich, ich hatte jetzt vor kurzem einen im Burgencheck und sehe, der ist irgendwie Level 104 und hat Queen und King knapp unter mir. Wo ich denke, WTF hat einfach mal vom Gold her schon mal ganz easy 600, nee, Quatsch, 800k, äh, 800 Millionen gefarmt. Wo ich mir denke, mit Level 104, Alter, was geht bitte bei ihm? Ja. Also, wirklich echt krass. Aber wie gesagt, ansonsten läuft halt. Und dann noch der positive Nebeneffekt, den ich heute wirklich gemerkt habe, wie gesagt, in den zwei Stunden Boost, ist wirklich, äh, du holst damit auch richtig was an Gold raus. Mhm. Alex, wie gesagt, bleibt fast gleich, wenn nicht, geht's sogar ein bisschen runter. Aber mit dem Gold, da ziehst du gut was weg. Also, echt mega geil. Und wie gesagt, wenn ihr eventuell den Lichte nicht kennt, dann gebt mal LichtleCOC ein. Ist auch ein relativ cooler YouTuber. Also, das läuft schon, macht schon eine Weile mit mir zusammen Videos. Also, von daher könnt ihr auch eventuell da ein Abo dalassen. Ich denke mal, da würde er sich auch drüber freuen. Also, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.